ja hallo sommer hallo alles festen sester also war schon dass man nicht dass ich dich anzeigen kann ja weil mich einfach anrufst du bist ja dumm du rufst ja nicht mal anonym oder so an nein ist um gottes willen ich werde dich ja so oder so anzeigen aber ja weil ich dir sage ich wünschte was und für die zukunft ruf anonym an dann kann man dich nicht zurückverfolgen der ist doch nicht schlimm ich sag's dir ich sag ja ich bin ja auch nicht böse oder so ich nehm das ja nicht übel ich sag dir einfach nur dass es halt dämlich ist dass du dich dumm angestellt hast wenn du mit mir reden hättest wollen alles gut mein bruder du kannst mit meinem anwalt reden der hat eh ein bisschen viel zu tun aber ganz viel liebe ich wünsche dir ganz viel gesundheit ciao ciao was ein typ was wollt ihr jetzt? i don't know das tolle ist man kann solchen leuten die sind halt doof, die gehen ein risiko ein